Weidacher, nach dem 7-2-Sieg der ZSZ-Frauen gegen Bommertun. Nina, wie hast du das Spiel heute gesehen? Sehr gut, ich habe das Gefühl, das ganze Team ist sehr gut ins Spiel gekommen. Wir haben sehr gut zusammen gespielt, hin und raus spielen können und so haben wir dann auch die Goals geschossen. Vor dem Spiel bist du geert worden, 150 Spiele, nicht viele Spielerinnen haben zu viel Spiel für die ZSZ-Frauen gemacht. Meisterschaftsspiele, was sagt dir die Zahl oder die Zeit, die da war bei Zürich? Ja, es ist natürlich eine sehr hohe Zahl, aber auch sehr schön, gleichzeitig für eine Organisation zu spielen, das Lieblings anzuhaben. Ja, nein, wirklich macht mir mega viel Freude und ich hoffe, es kommen noch ein paar Spiele dazu. Ja, das nächste Spiel kommt schon bald, nächstes Samstag-Halbfinale im Goebb gegen Lugano. Es hat es seit 2010 nie mehr in einem Halbfinale von Goebb oder Meisterschaft gegeben. Was erwartest du von diesem Spiel? Ich erwarte sicher ein Herzspiel, wie du sagst, Lugano gerade im Halbfinale haben, ist sicher eine Challenge. Aber ich glaube, wie wir heute gespielt haben, sind wir ready und wir freuen uns sehr auf Goebb, wie jedes Jahr. Und ja, das kommt gut, dass wir dann am Sonntag im Finale stehen. Danke Nina und viel Glück. Danke vielmals.